Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Es spielen Yuvi gegen Balazs. Die Picks sind absolut random. Wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasst die Spiele beginnen. Tag meine lieben Freunde. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Und das ist ganz heiß. Nach der Gamescom, wo wir ganz, ganz viel League of Legends geguckt haben, sitzen wir jetzt wieder hier vor den heimischen Rechnern und werden uns dieses Mal gegenseitig erneut auf die Schnauze geben. Genau, wie immer halt. Wir kennen es ja nicht anders. Ja. Ihr kennt es nicht anders. Wird bestimmt wieder voll super. Diesmal auch wieder ein sehr interessantes Spiel. Nämlich Cog'Maw, den spiele ich, der Yuvi, und das gegen Nocturne, den der Balazs natürlich spielt, logischerweise. Ja, ich würde mich mehr über den Cog'Maw freuen. Mit dem habe ich mehr Erfahrung als mit Nocturne. Äh, same here, nur, naja, du warst eben umgedreht. Ähm, ja, komm. So, jetzt steigen die Frames auch gerade, jetzt bin ich zufrieden. So, dann wollen wir den Balazs mal kurz auf die Schnauze holen und dann wieder fröhlich nach Hause wanken. Nee, der Yuvi, der schafft es heute nicht. Der Yuvi, der ist ja ein Cog Noob. Ja, das stimmt tatsächlich. Also, ich bin ja nicht gerade unbegabt, was ADCaries angeht, aber Cog'Maw mag ich eigentlich gar nicht. Cog'Maw finde ich absolut super. Also, Cog'Maw mag ich sehr gerne. Ja, du schon, ich nicht. Dafür mag ich Nocturne ziemlich gern. Aber wir werden sehen, was sich jetzt hier ergibt. Genau. Wie rum war das? Okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay, das ist ja, also, ich habe ja hier die Geisteskills überhaupt. Ja, ja, also, Nocturne ist schon ziemlich stark, finde ich zumindest. Okay, ich glaube, ich weiß, weil, ich glaube, ich habe ihn gerade gemeistert, indem ich die Skills gelesen habe. Ist ganz klar. Jetzt, jetzt kann er seinen Charakter und jetzt basht er mich eben um. Hm. Was dieses Mal durchaus passieren könnte, vermute ich. Fast. Und daneben geklickt. Oh, ne, ich werde eigentlich noch nicht so müde. Was? Weil er fragt, ob ich gerade, ob ich müde werde. Achso. Aber erzähltest du mich vorhin noch leidenschaftlich jammernd? Äh, ich bin doch müde. Ja, jetzt gibst du irgendwann diesen Punkt an dem, äh, irgendwann ist der Punkt an dem Tag erreicht, weißt du, wenn du müde bist, an dem du einfach dann nicht mehr müde bist. Ah, okay. Ich verstehe nicht. Doch, eigentlich schon. Ah, also bei Kockmann muss ich jetzt gerade echt mich ein bisschen konzentrieren, irgendwie. Warum? Weil ich hier nicht kann. Ähm, was ist denn das logischste, was ich skillen könnte, das Ding, glaube ich. Alles. Weißt du, ich sag's, ich sag's, ich sag vorhin noch, ich hab ihn jetzt gemeistert, ne, und, äh, und, äh, was ist skillvoll zu skillen? Ja, ist gut. Tauer ist schlecht, der steht da schlecht. Den hab ich da leider nicht platziert, das tut mir leid für dich. Das ist dein Tauer, der, den musst du da platziert haben, der steht da, wie gesagt, der steht da voll schlecht. This place disgusts me. Hm, hallo? Hm, das hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das gedacht hab, irgendwie. Was kann ich mir vorstellen? Das ist auch so geil, du, du... Ich bin schneller und verlangsamt. Ja, genau. Was denn? Hast du Mörlock? Hast du, kannst du die Mörlock-Geräusche noch? Ne, aber ich hab ich inzwischen verlernt, den kann ich nicht. Ach, schade, du konntest das damals mal so gut. Ja. Ich mache, ich mache aber inzwischen auch nicht mehr... Oh, du Arschloch. Pwn, 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 bitches. Yes. Du Arschloch. Ähm, pwn, 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 pwn... Pwn, pwn. Aston weißt du nicht was du kaufen sollst? Doch doch! Na wer hat denn da jetzt erwartet dass er mich verfolgt? Ich weiß ganz genau was du von mir erwartest. Ah ich muss mich echt ein bisschen konzentrieren. Warum? Das brauchst du doch gar nicht. Sehr schön du hast dein ganzes Mana verbrannt. Klar ich bin Cockmore. Hallo? Boah ich bin last hit mit ihm alleine auch schon so schwer irgendwie. Geht. Ah! Ja aber ich kann sein Damage nicht einschätzen das ist das Problem. Ja gut okay. Ups. Voller an ihm geschossen. Lalalalalalalalalalala. Batman! Ich hasse Cockmore. So nehme das mal. Das ist Frilliard! Das ist Frilliard! Ist bescheid. Ich darf übrigens nicht so brüllen. Auch wenn wir inzwischen wirklich schon ein paar Tage nach der Gamescom haben. Hat das meinen Hals ganz schön angeschlagen. Gruseligerweise. Was ist mit dem Ballers? Ist er noch da? Hallo? Ja hier ist das Spiel leider geworden. Ah! Da ist der Ballers wieder. Ja! Moin! Keine Ahnung warum das Internet ist grad schon wieder weg war. Weiß ich leider auch nicht. Was zur Hölle? Warum ging das Ding jetzt nicht zu benutzen? Oh! Oh! Entschuldigung! So! Das ist doch scheiße! Du bekommst mich gerade kurz. So haben wir den Turma fix. Oh hier. Ja ja es ist wie immer. Ich verliere. Ich bin sowieso. Ich bin drei Kills hinten. Das heißt ich komme nicht mehr hinterher. Aber du weißt die Kills entscheiden bei dieser Map nicht so viel. Ja es ist das Puschen. Aber wir haben beide relativ starke Pusher Chars. Und dadurch dass du doch jetzt den Gold Vorsprung hast. Das ist eigentlich schon fast für mich gelaufen. Oh! Und dann erwischst du einen fucking Minion ey! Nein! Nein! Ja ich bin eh tot. Hier. Aber jetzt darfst du auch einkaufen gehen. Ja ich habe kein Geld. Ich kann mir nichts leisten. Fertig ist. Ich auch nicht so wirklich. Wirklich gerne. Hm. Ja. Ja aber das ist auch echt gemein dann guck mal dieses hinterherlaufen. Das ist schon. Schon irgendwie um cool. Ja. Ja das ist halt true damage. Das ist das größte Problem. Ja. Aber du könntest halt im Late Game ziemlich fies werden. Ja das ist schon wieder seinen Prozentualschaden an. Drecksack. Neun. Ja da kommt ihr wieder hinterher. Klar. Ich bin Cockmuffel. Oder so. Ich habe seinen Namen gerade kurz vergessen. Ja ja. Das sagen sie alle. So komm lebe. Ne. Kannst du nicht tot bleiben. Wenn du ihn töten hast. Bring me back a ghost to do. I'll kill him again. So. Minusack pushen. Und Ulti setzen. Und daneben setzen vor allem. Ganz wichtig. Was? Er surft? Was denn? Das finde ich irgendwie sinnlos. Was denn? Mal an der Mune. Ja irgendwie schon. Finde ich jetzt auch nicht ganz so cool. Was? 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 Turret down. Inhip down. Und tot. So. Okay. Ich habe verloren. Ja. Das war's. Jetzt inzwischen stimmt das durchaus. Ja. Ich komme eh nicht mehr an dich ran. Also ich krieg die. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Was? Weil dein Team hat destroyed. War, sorry. Ja. Ich wollte auch noch 100 Jahre recruitmentern. Das heißt, komme ich auch nicht schnell genug an dich ran. Jetzt blieb ich aber weg. Tschüss. No. Super Minions, ja, jetzt, ich komme, ich komme eh nicht in der. In Super Minions habe ich nun mal keine Chance. Ja, das stimmt. Das ist auf dieser Map auch immer noch ziemlich beknackt. So, jetzt die Glückwunsch in Super Minion geht nicht gerade. So, und die Puschen durch. Ah, dieser Husten. Juvie wird alt, der Hustet. Ah, nee, scheiß Gamescom. Juvie hat Gamescom Husten. Ah, das ist echt schlimm. Hat mir da echt irgendwas eingefangen? Das ist echt, äh, nicht schön. Ach, der Juvie hat sich was eingefangen. Jetzt hat er, äh, Husten, die Krätze hat er. Ja, aber mal ernsthaft, das alles bekommt man, weil man eine Woche lang mit Ballers in einem Zimmer verbringt. Ganz eindeutig. Das kann gar nicht an mir liegen. Das ist, weil Juvie einfach, äh, ein scheiß Immunsystem hat, weil er nie aus dem Haus geht. Ja, nee, ist klar. Bin noch nie draußen. Nö. Sehr gerne. Stinkst übrigens auch. Ja, das weiß ich aber. Naja, das ist halt so ein Schweißdüsen-Defekt, weißt du? Äh, das sagen sie alle. Die produzieren einfach so, like a boss. So. Ja, also im direkten Vergleich habe ich einfach keine Chance mehr. Jupp. Jetzt ist wirklich zu Ende. Der Damage von Kogi überragt er gerade. Infinity Edge noch dazu, alles klar. Bitte? Infinity Edge noch dazu, alles klar. Jo. War kein schönes Spiel. Nee, das stimmt in dem Fall nicht. Ich will einmal einen Charme haben, den ich einigermaßen kann. Hm, vielleicht einen anderen Mal. Ich habe schon wieder auf Continue geklickt. Yay. Und Cheers for Seven. Ihr habt die Verabschiedung wieder nur bei Jubel. Ciao. Okay, wir machen mal wieder eine Runde League of Legends. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, nächsten Sonntag. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski. Tschüss. Tschüss. Tschüss.